Ja, ihr Lieben, ich begrüße euch zum nächsten Trailer. Heute am 23.04.2024 ist wieder einiges aufregendes, dramatisches, verunsicherndes dabei. Ja, habe mich jetzt hier auch für das Thema entschieden. Wieder gesetzt den Fall, dass das stimmt. Ja, Unterwerfung beginnt bei den kleinen. Deutsche Kinder konvertieren aus Angst zum Islam. Ja, es geht ständig voran. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich darf jetzt hier nicht so viel sagen beim Trailer vielleicht. Wohin die Reise geht, wieder anzuschauen, anzuhören bei VK Bitchute Odyssey. Getrailert einmal bei Rumble, dreimal YouTube und wer es dann eben schauen möchte, sucht sich seine Lieblingsplattform aus. Dann macht's gut und vielleicht bis gleich. Tschüss, das müsste eigentlich heute noch kurz nach halb acht, das müsste eigentlich noch vor zwölf Uhr, wenn alles klar geht, hochgeladen sein.